So, Ladies and Gentlemen, und damit hallo und willkommen zurück zu Let's Play Day Z mit Andrélius Eins und meiner Wenigkeit xxobserver xx Hallo und willkommen zurück in der Welt der Überlebenden und der Tötenden Wir sind auf dem Airfield von Balota und gehen jetzt raus Fertig? Ja! Ich bin fertig 3, 2, 1 Los Entweder hat sich hier einer entlootet oder das ist normaler Loot Achso Hier liegt Thun fisch Das klingt ja gut, das klingt ja sehr gut Ach übrigens, wenn wir eine Säge finden, dann sag's mir bitte Bescheid Warum? Weil ich möchte meine Shotgun absägen Dann kann ich die in meinen Rucksack reinpacken Ich guck mal, ich die Munition nicht noch drin Aber 30er Munition Ach ja stimmt, wir waren letztes Mal dabei Bei SKS Muni zu sammeln, war das nicht so? Äh, kann sein, ja, ich weiß es nicht mehr genau Weil Dieton und Cheetah hatten hier keine Chance Bet hier im Chat Hab's auch gerade gelesen Ja, also nicht Nicht direkt schießen Ja Passwort Moin Ich halte die Tür Heute hab ich immer für eine gute Laune und hier sein Etwas zu trinken, aber ich bin voll Hab ich mir anders überlegt, ich bin bei dir Hab ich mir anders überlegt Weiter geht's Lass mal gucken Äh, das ist ja ein Scheißwetter ist das ja Auf jeden Fall sind auf meinem Minecraft-Server dutzende Plugins installiert Wunderhübsch Ich nehme auf, dann ist dir schon klar Ist mir wurscht Muss ja keiner wissen So, dann geht mir nicht direkt Muss ja niemand die IP wissen Das heißt, macht euch keine Hoffnung, ihr kommt nicht drauf Boah, voll der Bad Boy Weil ich nicht klar der Vetter Gangster bin, Alter Voll der fette Gangster Die werden voll in die Balls gehittet Was hast du gefressen, ey? Noch ein bisschen Rose-Beef Wienchen mit Pizza Linkt jetzt lang Zum nächsten Hangar Hier ist ein Weckencleaning-Git und ein Feuerholz Feuerzeug Nein, das ist ein Zombie Ich muss mir gerade ein Haus hier in Minecraft vorstellen, das aus Kieseln gebaut ist Zombie, Zombie, Zombie Irgendwo Äh, ich hab's auch Erledigt Schon erledigt Ich hab' ich gerade gedacht, noch vorne liegt einer, aber da war's nicht So Ah, ich hab' der sehr vermisst Man merkt's, du bist sehr gut gelangt Sehr gut ist er heutig gelangt Moos noch Dammit, dass das wer SKS Alter Werd du doch mal damit fertig Ich bin die ganze Zeit hier nur unterwegs Und der Markus hier ist nicht da Und das Einzige, was ich mache, ist an Plugins umarbeiten Bin verzweifelt Hol den, der Freundin Hab ich schon Oh, die ist nicht da Die ganze Zeit Äh, brauchen wir die Steine wirklich noch, oder hauen wir die einfach raus? Das Steine So, ähm, die Die Steine, die könnten wir doch eigentlich raushauen, oder? Ja, hauen wir sie raus Ich mein, ich mein, guck mal, sammeln wir doch einfach was für einen Gaskorrer zusammen, das ist... Ja Da unten kommt ein Zombie angewirkt, ich hau den Stein mal raus Ja, warte mal, ich, ich, ich möchte mir jetzt Äh, die Wasserflasche liegt ne Wasserflasche rum, die möchte ich haben Ne Kantine Oh Was? Zombie auf der Treppe Markus, denk daran, ich hab einen AK Sondern wenig Munition, aber ich hab einer Ja, ne, deswegen sparst du niemand an der Munition Weil von der Sport Da haben wir ein bisschen So, ich hab mir so ein bisschen was zu futtern mitgeholt Äh, mitgenommen, äh, mitgeholt, äh, mitgenommen, äh, mitgenommen, äh, mitgenommen, äh, mitgeholt Und was weiß ich noch Ähm Da außen rauscht es irgendwie die ganze Zeit Also jetzt nicht hier, sondern außen, sondern Na, und so Ich bin in den gegangen Tanze, tanze, okay, ich lass es Äh, 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 äh Oh, warte mal, ich kann da nachher nicht mehr nachnamen So Genickschuss Peter Neck, Schat Hehe 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 Der Kerl ist, du bist halt so strange drauf Oh, das treff ich nicht Ich wollte schon sagen, ich hab daran drauf geschossen Und der stirbt nicht, du mal Arschloch mehr ich wollte jetzt eigentlich den Filmnamen sagen, aber da wäre ich wahrscheinlich so wahrscheinlich von YouTube gegangen bist du hinter mir? jaaa du bist heute echt ein bisschen komisch, was hast du denn gefressen? was hast du geraucht? will ich auch haben ich bin aber am Montag immerhin im Kino er ist am Montag im Kino, weißt du wo ich am Montag bin? wo? im Büro wo ist du hingegangen? da bist du ich bin hier im Zeltlager gegangen ich hab' nicht gesehen, ich hab' ich gesehen, ich muss mir nicht zweimal sagen, ich hab' ich gesehen ich hab' gar nicht angefangen was zu reden doch hast du Zombie, Zombie war ich Alter, das ist schon ein Spiel, ich wollte schon weggehen gehen hier war ja auch ein Spiel, das war ja ich was ich meine ich suche jetzt nach sexy knuffigen Häschen warum gibt's denn eigentlich der Zeltlager keine Frauen das heißt, so NPCs, wüsste wie ey, ja, lass mal, lass mal stecken was, wo bist du? was ist los, was ist los? der Zeltlager hat sich gerade bei mir minimiert ach, das passiert auch manchmal, keine Sorge das ist aber komisch ja, ich weiß, das ist ein bisschen Spastik ein spastischen Anfall ja, das ist jetzt manchmal ein bisschen, naja wusstest du, dass ich homosexuelle USB-Sticks habe? uuuh hockt da einfach so in Zombies wie bist du so laut zu stöhnen, Alter oh ich bin, ich bin voll erschrocken ich drehe mich ich finde es ey, 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 ey Miststück jedes Mal, wenn ich mir die Hoffnung von Dings eingucke von unserem 100-Apo-Special, Alter das muss ich so feiern und ich hab mit Toni einfach reingepleist und dann oh ich muss das so feiern ja, ist okay, ist okay, ist gut ist gut, ist gut ist gut ich bin wohl geil ich hatte gerade zwei Zombies ah oh oh, machst du das? ja oh man, jetzt läuft da wird nein, 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 schieß, 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 schieß ich muss nachladen hey oh ja der Kot hat mich schossen oh, Alter, als er will auch noch die Katze raus das ist so, warum empfängt dieser Scheiß-Sorber nicht meine Schüsse ich schiebe so und da trifft nicht ich muss mich kurz in Deckung setzen ich muss die Katze rauslassen oh, mitzumatzen gib mir Deckung ich geh bitte Deckung ich habe wieder da 19 Schuss aus, so zu Götzen eh, wo oh, noch einer von wo weiß ich nicht ich habe es aber gerade gehört wo ich dachte schon, da kommt einer ha haben wir die Zeit, die sind alle komplett abgesucht ja Spieler, fucker, verliert Verbindung ja, du fucker fuckers da hinten kommt er angekrabbelt ein Crawler oder was ja, 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 da kommt er nimmst du fertig ich habe deinen Schuss nicht gehört du bist aber tot, siehst du ja, aber ich habe deinen Schuss nicht gehört du hast deinen Schuss nicht gehört du hast deinen Schuss nicht gehört ja, dann frage ich dich was habe ich denn, wenn du meine Schüsse nicht hörst bist du Taubert also, hol ihr nur Gerät noch einer ach, der ist jetzt wie sehr habe ich es vermisst und gehasst ich will das jetzt ich will das jetzt hmmm what what der ist jetzt bei dir der ist jetzt bei dir der ist jetzt bei dir ich habe zu dir gelaufen vorsichtig Steht ja plötzlich so und soll der vor mir. Oh, wieder einer raus da. Alter. Ich bin vor dem weggegangen. Ich komm nicht klar, ey. Oh, jetzt ist das lustig. Ist doch nur... Oh. Hier. Alter. Oh Gott. Ich bin so am Ende mit den Nerven. Ich seh dich vorbei, rennen, geh raus, da steht plötzlich so ein Soldatentyp vor mir. Immer sexy und knuffig bleiben. Ups. Sexy bin ich aber knuffig gerade nicht. Da bin ich mir beim ersten auch nie so ganz sicher. Ja, da bin ich froh. Ja, das meine ich doch jetzt nicht. Na, mal gucken. Ey, ich habe jetzt innerhalb kürzester Zeit so viel Munition verpulvert, das ist unglaublich. Ich lade nach, Zombie. Wow, wo? Ich hab nichts gehört. Ah, da soll ich schießen? Na, du hast schon übernommen, ich wollte gerade schießen. Reinigungskommando. Ich will... Ja, und wenn ihr Wetter... Ist hier wieder einer? Gibt's doch nicht. Crawlerabflug, einfach Abflug, komm. Uh, wo bist du hier, du Kleiner? Bist du von der Drogenverhandlung oder was? Markus, ich hab dich verloren. Schießt du gerade? Ja. Weil ich den Scheißwitter nicht... Weil der Witter die Scheißschüssel nicht annimmt. Verdammt nochmal. Achtung, ich komme aus dem Set raus. Werden Sie sein? Where are you? Da, 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 du sein. Okay, wir sollten gucken, dass wir hier wegkommen. Aber ich bräuchte irgendwie einfach eine Säge. Uff. Ich renne doch nicht immer das gleiche Zeitrahmen, dass ich dann renne. Weiß ich nicht. Da bist du nicht drin. Ich dachte, dass du nicht drin hast. Ach, Markus. Kurs. Kurs. Nichts. Ach, man hat mehr. Äh. Du bist gut. Irgendwo ich war es gerade selbst nicht. Da bist du, hallo, da war ich schon drin, da ist nichts, da ist nichts, Junge. Alter Junge. Zombe. Oh, warte mal, ich bin completely so king. Keine Ahnung, was das heißt. Ich bin so true. Farsch mich doch. Ich hab' nichts. Ich hab' mir. Aber hätte ich jetzt eher geschossen, dann wäre ich dich wahrscheinlich gebrochen. Ähm, Servertimeout. Bei dir oder was? Ich kann nicht nachladen, ja? Äh, Sekunden keine Nachricht. Bei mir nicht. Mäh. Okay, dann pass mal auf, dass du es nicht umgebracht wirst. Äh, bei mir funktioniert alles. Markus, glaubt du nicht immer gegen die Wand, ey. Das ist unmöglich. Bei mir bin ich gerade aus dem Ding rausgelaufen. Ja, bist du... Ja, bist du... Ja, das ist so glücklich. Ich liebe dich. Brrrr. Ich bin eine Taube. Apropos Taube. Mein kleiner Kater versucht andauernd mit den Tauben vom Nachbarn zu reden. Das find ich immer lustig. Ey, ich hab'n Timeout. Ich kann nichts machen. Ich verbinde mal neu. Du ver... Passt auf mich auf, ja? Du bist schon weg. Sag mir das doch. Mäh, mäh, mäh. Wer hat an der Uhr gedreht? Bist du dir sicher, dass du noch drin bist? Ja, bin ich noch. Also ich kann noch alles machen. Ich kann trinken. Ich kann alles. Versuch mal nachzuladen. Ich tue jetzt einfach mal hier das BAMP. Ich kann alles rauspacken. Ich kann alles reinpacken. Und ich lade nach. Funktioniert alles. Du bist bei mir nicht auf dem Server. Der Server ist nämlich nicht erreichbar. Dann geh' ich auch mal raus. Jo. Gut. Ich glaube, an der Stelle machen wir auch einfach wieder einen Cut. Wir sehen uns das nächste Mal bei DayZ. Bis dann und tschüss. 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 Vielen Dank.